Niedurch mal ein Kleid? Hallo, ich bin Claudia von der Stofflibelle und ich möchte dir gerne ein paar Modelle zeigen, die dich sicher ansprechen, auch wenn du nicht so der Kleidtyp bist. Was hältst du zum Beispiel von Color? Das ist hier so knapp über der Teile ein bisschen gerafft. Kann man herrlich aus leichter Viskose nähen für den Sommer, eine ganz tolle Sache. Und das Gute an diesem Schnitt ist, man kann in ganz vielen Varianten nähen. Zum Beispiel auch das lange, super romantische Modell mit der Rüsche unten dran. Color funktioniert mit sehr vielen Stoffarten und man kann daraus auch eine Tunica machen. Ich zeige es hier. All diese Varianten mit einem einzigen Schnitt mit Color von Marquesa. Und wenn du es gerne ein bisschen geradliniger hast, empfehle ich dir diesen Schnitt von Merchant & Mills, das Camber Set Dress. Ich habe es hier aus gestreifter Viskose gemacht. Das sieht dann so richtig cool businessmäßig aus. Aber es funktioniert auch super schön in Leinen oder Tencel, weiche Stoffe, sogar in Jeansstoffen, habe ich es schon gesehen. Und auch dieses Kleid hat eine Variante, nämlich man kann es auch als Bluse nähen. Sieht sicher toll aus, aus weißer Baumwolle. Einfach ein weißes Topf für den Sommer, super. Und wenn das jetzt alles nicht so für dich ist, weil du nicht so gern die flatternden Stoffe hast, dann gibt es noch einen Geheimtipp. Und zwar das T-Shirt Dress von Nana Pattern Design. Einfach ein T-Shirt verlängern auf ein Jerseykleid. Da ist sicher was für dich dabei, schau mal rein bei Stofflibelle. Da findest du alle Schnittmuster und die passenden Stoffe dazu. Und vieles gibt es auch als fix fertiges Nähpaket. Viel Spaß dabei!